Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des AlpCast, Episode Nummer 71 und ich hoffe, ihr hattet wie immer eine wunderschöne, heiße, gewittrige, unwetterlastige Hitzewoche und ihr habt die Hitze überlebt. Mal wieder, eine weitere Woche nach den großen Hitzen und das ist mittlerweile echt unerträglich, aber ich hoffe, euch geht es gut und ich hoffe, ihr verbringt die Tage im Kühlen. Irgendwie, irgendwo, Badezeit wäre ja jetzt quasi eigentlich schon, aber Ende Juni ist ja fast schon ein bisschen früh für solche Hitzetage, aber gut, über Klimawandel, naja, das ist ja wie gegen Windmühlen reden, da kann man ja nicht viel, kann man ja nicht mehr viel sagen. Ich habe schon mal eine ganze Episode zum Thema Klimawandel auch gemacht. Ich habe übrigens vor kurzem auch eine wahnsinnig nette Nachricht mit einem Themenvorschlag bekommen zum Thema Klimawandel indirekt. Es ging eigentlich viel mehr auch um ökologisches Bewusstsein und da wurde mir vorgeschlagen, ich sollte doch mal wieder einen Podcast machen zum Thema, ja, wie sollten wir eigentlich als Outdoor-Sportler unsere Natur weiter intensiver schützen? Wie sollten wir vielleicht auch in Zukunft mehr mit öffentlichem Nahverkehr unterwegs sein, wenn wir gerade in so Zeiten von 9-Euro-Ticket und Klimaticket in Österreich, wie sollten wir eigentlich doch letztlich viel mehr mit den Öffis unterwegs sein, wenn wir in die Berge fahren oder zum Klettern fahren und so weiter. Da gäbe es ja viele Möglichkeiten und ich finde diesen Themenvorschlag gut und ich werde dazu etwas anderes machen, keinen Podcast, sondern ich werde dem Ganzen auch eine Videoserie widmen, indem ich mich ein bisschen näher damit auseinandersetze und das Ganze auch in der Praxis mal teste. Wir müssen ja auch ein bisschen auf die Probleme des Alltags bewusst, ja, eine Aufmerksamkeit darauf lenken, ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es natürlich nicht immer alles so einfach ist, wie man sich das vielleicht gerne in der Welt des Klimaschutzes vielleicht auch vorstellt. Ich stelle mir das ja auch oft sehr einfach vor, das Klima zu schützen, indem wir einfach alle sagen, wir fahren jetzt alle nur noch mit dem Fahrrad zum Berg und mit dem Zug und dass es in der Praxis dann oftmals vielleicht gar nicht so gut funktioniert. Damit werde ich mich in Zukunft ein paar Mal beschäftigen. Ihr könnt jedenfalls diesbezüglich gespannt sein, es ist da schon was in der Mache, es ist schon was im Ofen sozusagen. So, wie gesagt, wir müssen über Missstände aufklären, wir müssen ein Bewusstsein für Dinge schaffen und genau unter diesem Stern steht auch die heutige Podcast Episode Nummer 71 und zwar geht es um das Thema Klettern. Und bevor jetzt einige von euch sagen, ja, interessiert mich jetzt eigentlich nur so semi, ich bin ein Wanderer oder ich bin eigentlich irgendwie ein Bergsteiger, interessiert mich jetzt überhaupt nicht eigentlich dieses ganze Kletterthema. Bleibt ein bisschen dran, es geht eigentlich viel weniger ums Klettern als um ein paar strukturelle Probleme, über die man aber jedenfalls diskutieren sollte, über die man jedenfalls nachdenken sollte. Auch weil wir natürlich in einer Welt leben, in der wir gerade im Outdoorsport ja immer mehr so ein bisschen messbarer machen wollen, Wettbewerbe veranstalten wollen, irgendwie uns messen können oder können wollen, wie auch immer. Und in dieser Welt, da sollten wir natürlich aufpassen, dass Entwicklungen auch immer im Sinne der Menschen sind, die den Sport ausüben. Und das ist gerade beim Klettern in letzter Zeit meiner Meinung nach nicht ganz der Fall. Aber gut, sprechen wir einfach darüber. Ich komme aus dem Sport, ich komme aus dieser Nische, aus dieser Ecke, die mittlerweile weder Ecke noch Nische ist, sondern mittlerweile eh einen ganzen Raum einnimmt. Und warum das auch ein Problem ist oder was hier zu Problemen führt, auch darüber werden wir im Laufe dieser Episode sprechen. Es kann sein, dass die heutige Episode etwas länger wird, ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie weit wir da ausholen werden, wie weit es mich da in einem sehr hochemotionalen Rant stoßen wird. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ich versuche das Ganze so nüchtern wie möglich zu betrachten und so unaufgeregt wie möglich. Ich aber versprechen kann ich nichts, denn meine Notizen zu diesem Podcast, die regen mich schon auf, wenn ich sie nur wieder lese. In diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir mit dem Thema an. Verlieren wir nicht zu viel Zeit mit Wetter und guter Laune, sondern starten wir gleich rein in die große Frage, wie ist das eigentlich im Leistungssport beim Klettern? Wir haben uns letzte Woche über Doping unterhalten, wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten, dass Leistungssport ja oftmals eine Disziplin ist, ganz allgemein betrachtet, eine Branche ist, in der oftmals getrickst wird. Aber das ist nicht die letzte unschöne Seite dieser Branche. Leistungssport, Sportklettern sieht im Prinzip nicht anders aus als Klettern messbar machen. Also das, was wir alle gerne am Fels machen, das macht man dann eben in der Halle, weil man hier kontrollierte und gleiche Bedingungen schaffen kann, vermeintlich gleiche. Auch hierzu habe ich dann nochmal ein bisschen was zu erzählen. Und gerade da ist es dann so, dass man diese gleichen Bedingungen dadurch schafft, dass man eine Route setzt. Jetzt reden wir mal vom Vorstiegsklettern. Ich komme gleich nochmal zum Bouldern auch, keine Sorge. Und da setzt man eine Route und alle klettern die hoch und wer am weitesten kommt, der gewinnt. Das ist quasi das ganz krass runtergebrochene System von Leistungssport-Vorstiegsklettern. Dann gibt es noch Leistungssport-Bouldern. Das ist mittlerweile getrennt und also war eigentlich immer schon getrennt. Ist dann wieder ein bisschen mehr fusioniert worden für andere Probleme, zu denen ich auch gleich komme. Aber ist mittlerweile auch wieder etwas getrennter. Insofern, wir haben auch das Bouldern. Bouldern, das ist quasi Klettern in Absprunghöhe, ohne Seil, ohne Vorstieg, ohne sonst was. Sondern einfach nur richtig harte Kletterei in 3 bis 4 Meter Höhe, wo man dann quasi auf sehr weiche Matten drauf fällt. Wenn man runterfällt, kann man auch schnell wieder von vorne anfangen und so weiter. Da ist es dann so, auch hier haben alle die gleiche Route oder gleiche Routen, gleiche Boulder, wie man dann sagt. Und da ist es dann so, dass man diese Boulder probiert, so in einem gewissen Zeitfenster. Und wenn man sie in diesem Zeitfenster schafft, dann hat man eben ein Top erreicht, also man war oben. Und wenn man das nicht schafft, dann hat man eben vielleicht so ein kleines Zwischenziel, eine sogenannte Zone erreicht. Das ist dann sozusagen wie ein halber Punkt im Prinzip. Oder man hat eben auch das nicht erreicht, dann kriegt man halt gar keinen Punkt. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann ist es halt eben vorbei und der Nächste ist dran. Auch hier wieder ganz grob runtergebrochen. Für alle Leute, die sich aus diesem Gebiet deutlich besser auskennen, für die wird das jetzt vielleicht ein bisschen zu wenig sein. Und so ein bisschen platt formuliert sein. Aber wie gesagt, man muss nur das verstehen, um die grundsätzliche Problematik, die wir heute besprechen müssen, weil ich sonst explodiere. Um das zu verstehen, reicht das im Prinzip als Vorwissen. Der Leistungssport funktioniert in diesem Sinne eigentlich ganz, ganz genau so, wie man sich das vorstellt. Es gibt Vereine. In diesen Vereinen, da wird man dann Mitglied und dann sagt man so, hey, ich bin jetzt hier auch zum Klettern da. Und ich bin, glaube ich, gar nicht so schlecht und ich will besser werden. Und dann trainiert man da eben und meistens, das ist schon das erste riesige, gigantische Problem, über das wir gleich sprechen müssen, sind diese Vereine vor allen Dingen für Kinder ausgelegt. Also man spricht beim Klettern und das ist ein großer Missstand von Kaderschmieden. Klettern, das muss man jetzt wissen, ist ein sehr, sehr junger Sport. Nicht nur im Sinne von, den Sport gibt es noch nicht so lange im Leistungssportspektrum, sondern auch jung im Sinne von, die Teilnehmer sind jung, also verdammt jung. Und das führt meistens dazu, dass es quasi relativ große Verbände gibt, die sind für die Profis zuständig. Die verwalten die Profis, die bezahlen die Profis teilweise. Das ist wieder von Land zu Land unterschiedlich. In den USA werden sie direkt finanziert. In Österreich beispielsweise nicht direkt. Da ist es sozusagen mehr ein Verwaltungsorgan, auch sehr aufgebläht. Da kann man auch wieder sehr lange drüber reden und sich zerreißen, das Maul zerreißen. Es ist schwierig. Jedenfalls ist es so, dass diese, da gibt es halt so einen Verband, der ist dann quasi für die Verwaltung der Profis in einem Land zuständig. Das ist eine sehr nationale Geschichte. Also das ist jetzt nicht so wie beim Fußball. Das muss man sich jetzt ein bisschen, da muss man ein bisschen differenzierter sein. Beim Klettern ist es nicht wie beim Fußball, dass man quasi zwischen Vereinen herumwechseln kann. Also wir können jetzt nicht den einen Hans Franz von FC Bayern München zu Real Madrid. Ich bin übrigens absoluter Fußball-Kasper. Also ich habe gar keine Ahnung, wovon ich jetzt gerade rede. Dass man die quasi transferiert. Ergo, dass man dann eigentlich in einem anderen Land, aber im Prinzip immer nur für einen Verein spielt und nicht für ein Land per se. Das ist halt in dem Fall anders. Du trittst immer für dein Land an. Du trittst immer für den Dachverband an, deines Landes. Da gibt es dann quasi immer einen Verband. Das ist ein ekelhaftes Monopol immer. Und so ist das dann letztlich organisiert. So und jetzt muss man noch wissen, dass diese Verbände grundsätzlich auf die Vereine schauen. Und Vereine gibt es quasi wirklich so in jedem Gebiet, wo es einen Fels gibt im Prinzip. Da gibt es auch irgendwo einen Kletterverein. Und da kristallisieren sich vor allen Dingen bei den Kids halt relativ schnell gute Kletterer raus oder halt einfach nicht so gute Kletterer. Aber im Prinzip ist die Prämisse, um in den Verbänden überhaupt erstmals Beachtung zu bekommen, dass man in den Vereinen sehr, sehr gut ist. Nun kommen wir zu einem recht massiven Problem. Diese Vereine sind immer für Kinder. Also es geht immer nur um Kinder und Jugendliche. Denn die Verbände, die diese Vereine ja maßgeblich unterstützen, die haben natürlich nur ein Interesse am Frischfleisch, an den Jungen. Denn das Leistungssportklettern ist wie gesagt eine sehr junge Geschichte. Ergo, wenn du mit 16 nicht ein absoluter Profi bist, dann wirst du auch keiner mehr. Du wirst sowieso fallen gelassen. Ist egal. Manchmal noch mit 18, aber 18 ist quasi schon relativ alt. Es ist eh sehr ähnlich wie beim Fußball. Also du wirst quasi schon in sehr, sehr jungen Jahren mit dem Kescher weggeschnappt und dann gehörst du im Prinzip dem Verband und nicht mehr so wirklich dem Verein. Und dann bekommst du eben ein neues Team. Und das ist ein bisschen speziell, denn das Klettern ist ja eigentlich ein Einzelsport. Aber im Prinzip hast du trotzdem ein Team als Rahmen. Das Ganze wird dadurch etwas wirtschaftlicher, leichter zu verwalten und so weiter. Du hast nicht so aufgeblähte Strukturen, sondern es gibt quasi einen Zuständigen in der Abteilung und der verwaltet aber einen gewissen Punkt für das ganze Team und nicht für jede Person einzeln. Das macht die Sache ein bisschen einfacher, ein bisschen schlanker. Das ist ja gar nicht so schlecht. So, und dann bist du eben in diesem Team und dann bist du zwar immer noch offiziell, kannst du dann immer noch in einem Verein sein und einem Verein zugehören, aber du hast im Prinzip mit den Leuten dort gar nichts mehr zu tun. Du bist dann im Prinzip in deiner komplett eigenen Welt. Du bist dann sozusagen auf der internationalen Bühne. Das Ganze war nicht immer so. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Vor einigen Jahren war es noch so, dass die Verbände relativ wenig zu sagen gehabt haben. Man kann sich das so ein bisschen, wenn man das jetzt auch nochmal aufs Fußball umlegen will, weil ich glaube, dass es eine relativ gute Vergleichbarkeit hier gibt, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie den DFB. Und der DFB, der ist sozusagen zuständig für sehr, sehr viele Kleinigkeiten und der kann sehr viel, aber im Prinzip sind die Vereine untereinander untereinander schon noch für sich verantwortlich. Also die arbeiten schon immer noch für sich alleine, aber der Verband hat sehr viel Macht hier kontrolliert einzugreifen. Und das ist hier im Prinzip genauso. Bis eben zu dem Punkt, und da kommt jetzt quasi die große Unterscheidung zum Fußball, bis eben zu diesem Punkt, wo der Verband sagt, hey, du, du bist so gut, hast du nicht Lust, ein Profi zu werden? Hast du nicht Lust, wirklich auf der großen Bühne mitzuspielen? Da ist es dann teilweise auch ein bisschen absurd. Da müssen teilweise Jugendliche dann schon umgesiedelt werden, damit sie dann auch in den Leistungszentren, das ist hier zum Beispiel in Österreich, Innsbruck, da hier dann mittrainieren können. Natürlich ist das nicht gezwungen, also wir sind jetzt hier nicht in China, aber du wirst halt schon, dir wird ja schon gesagt, so wenn du ein Profi werden willst, dann wäre Innsbruck natürlich ein besserer Standort, so weil hier ist das Team. Also du kannst jetzt nicht hier abseits des Teams trainieren. Also das ist natürlich, das kann sich jetzt jeder selber ausmalen, wie das läuft. Und grundsätzlich ist dieses System sehr ähnlich in allen anderen Ländern der Welt. Also ich habe das jetzt quasi gerade am Beispiel von Österreich erklärt, aber unterm Strich läuft es sehr ähnlich. Und das Interessante ist aber, das ist natürlich hier zu einer relativ großen, also Diskriminierung ist vollkommen falsche Wort, das möchte ich jetzt hier gleich mal nicht verwenden, aber es läuft in eine sehr enge Richtung für, du bist jung, du bist ein Kind, du bist sehr talentiert, du wirst ausgewählt dafür. Wenn du zu alt bist und noch nicht auf dem Stand, den wir gerne brauchen, dann bist du irrelevant. Aber das Problem ist zum Beispiel, Erwachsene, die sehr, sehr gut klettern können, die sind immer auf sich allein gestellt. Es gibt eine wahnsinnig große, also wahnsinnig groß, eine wahnsinnig große Community von Leuten, die unfassbar stark klettern, aber immer wieder regelmäßig Partner für ihre Training-Sessions und fürs Klettern suchen, weil sie sich keinem Verein anschließen können, weil es keine gibt. Denn Vereine brauchen Geld, diese finanzieren sich dann meistens durch Beiträge, aber auch durch Förderungen, vielleicht auch, weil ein Dachverband hustt, hustt, hier irgendwas zuschießt und so weiter. Aber daran ist niemand interessiert. Unterm Strich bist du erwachsen, bist du für das Leistungsklettern im Prinzip Abschaum. Egal wie gut du bist, das ist dann völlig zweitrangig. Aber das ist nicht in allen Ländern so, das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Es gibt Länder, in denen die Förderung auch von Erwachsenen, sehr guten Kletterern, immer noch sehr gut ist. Tschechien ist beispielsweise ein Land, in dem auch ältere Kletterer immer noch in Vereinen einsteigen können. Generell kleinere Länder, die mehr auf, ich sag jetzt mal, eine breite Masse angewiesen sind, die sich einfach in diesem Sport betätigen, vielleicht auch freiwillig dann die ein oder andere Funktion übernehmen, sind da deutlich liberaler und deutlich offener für alle Menschen, die einfach Spaß am Klettern haben. In Österreich, in Deutschland, in Japan, in China, in Korea und in den USA ist dem nicht so. Das kann ich aus erster Hand unterstreichen. Das ist nicht so. Hier ist es so, in den genannten Ländern, dass du grundsätzlich nur als Kind in die professionelle Sparte überhaupt einen Einblick bekommst. Also, oder als Jugendlicher oder wenn du quasi dich, du entwickelst dich da so rein. Das ist jetzt nicht so, so bis jetzt warst du Kind, ab heute bist du Profi, sondern das ist halt so eine Sparte, in die man sich rein entwickelt. Und das alles ist jetzt ganz wichtig zu wissen, diese ganzen Strukturen im Hintergrund, das ist ganz wichtig zu wissen, denn wir brauchen es, um jetzt die Mutter, die Mutter aller Federations, aller Verbände erklären zu können und vor allen Dingen in den nächsten Minuten komplett zu zerlegen. Denn das ist eine, also vom Saulus zum Paulus nur leider, einfach nur umgekehrt, das erleben wir jetzt in den letzten Jahren mit, ach, ich sag's nur zu gerne, IFSC. Die International Federation of Sport Climbing ist der größte, das ist ein Monopol, machen wir's kurz, wir brauchen nicht von größten Zweigen, es ist ein Monopol. Niemand gibt, niemand sonst auf der Welt hat so eine Macht im Klettersport wie das IFSC. Jetzt fragen sich vielleicht von euch einige, what, was ist das IFSC? Die IFSC, die Internationale Föderation der Sportkletterer, ist im Prinzip nichts anderes als der Verband, der für die Veranstaltungen, für das Ganze drumherum verantwortlich ist. Also für alles, was wir über's Klettern wissen und sehen, da steckt die IFSC so ein bisschen drin. Sie geben sehr viel vor, sie geben Preisgelder vor, sie geben aber auch andere Dinge vor wie die Statuten, das Reglement. Hier überall steckt die IFSC maßgeblich drinnen. Das bedeutet, die IFSC ist ein sehr, sehr mächtiger Spieler am Markt des Sportkletterns. Man kann es jetzt wieder, wenn man die Fußballvergleiche wieder heranziehen möchte, kann man es sehr gut mit der FIFA vergleichen. Die FIFA kann sehr viel festlegen, kann sehr viel beeinflussen, ist extrem mächtig in ihrem eigenen Sport und sogar darüber hinaus. Nun ist Klettern aber ein relativ kleiner Sport bisher, wächst sehr stark, wächst extrem schnell vor allen Dingen, aber ist ein relativ kleiner Sport, sodass die IFSC in erster Linie innerhalb der Kletterwelt sozusagen der mächtigste Spieler ist, aber außerhalb der Kletterwelt eigentlich nicht viel. Also das ist jetzt quasi nicht so ein politischer Haufen wie beispielsweise die FIFA. Die IFSC hat aber dafür andere spannende Eigenschaften, beispielsweise, dass sie sich von der FIFA abgeschaut haben, wie das mit der Transparenz so funktioniert. Es gibt in der IFSC einige Verantwortlichkeiten, die ganz spannend sind für uns als Zuseher, nämlich zum Beispiel die Frage, wo finden eigentlich die World Cups statt? Das muss ich vielleicht kurz erklären. Die World Cups, das ist sozusagen eine Reihe von Veranstaltungen, wo die besten Kletterer der Welt sich qualifizieren können, dann in einem Halbfinale gegeneinander nochmal antreten und dann in einem großen Finale, das sehr groß zelebriert wird, dann sozusagen ein Sieger auserkoren wird. Die Preisgelder dafür steigen in den letzten Jahren, weil auch die Beliebtheit der Events immer weiter anwächst. Wir lagen vor ein paar Jahren bei 15.000 Euro, was natürlich einfach kein Geld ist, weil ja nicht nur einer 15.000 Euro kriegt, sondern das ist der gesamte Topf. Das sind 15.000 Euro, das ist nicht sehr viel. Mittlerweile liegen wir schon etwas drüber. Wir befinden uns, je nach Bewerb, kann man jetzt nicht pauschal abstempeln, zwischen 20.000 und 25.000 Euro Preispool. Immer noch nicht sehr viel Geld, aber auch nicht schlecht. Jedenfalls sind diese World Cups im Prinzip nichts anderes als, ja, man kann das so ein bisschen vergleichen mit der Champions League, nur dass sozusagen die Champions League einfach immer lokal irgendwo stattfindet und nicht in einem Land eines Teilnehmers oder sowas. Das hat damit dann gar nichts zu tun. Und die IFSC sagt nicht nach was für, ja, nach was für Regularien, nach was für Ideen oder sonst was, diese Standorte vergeben werden. Also, es ist halt so, dass manchmal in Tokio etwas ist, wie zum Beispiel die Olympischen Spiele, da hat die IFSC überhaupt keinen Einfluss drauf. Logischerweise, da stecken wieder andere Leute dahinter. Aber es gibt natürlich Standorte von World Cups, über die ich jetzt sprechen möchte. Diese, diese Serie an Bewerben, da steckt die IFSC maßgeblich dahinter, wo die stattfinden. Und sie finden nun mal statt in Briensson, in Meiringen, in München, in Innsbruck dieses Jahr. Und hier wechseln die Standorte hin und wieder. Es gibt ein paar Fixpunkte, so ein Fixstern im Prinzip. Das ist, vor allen Dingen war das vor Corona noch in China sehr viel. Dann hatten wir jetzt hier Meiringen in der Schweiz eigentlich jedes Jahr. Und Innsbruck war, ist hin und wieder mit dabei. Ist ein sehr, sehr großer Standort, ist aber nicht immer dabei. Briensson ist beispielsweise quasi immer dabei. Aber es gibt noch ganz viele andere Standorte. München beispielsweise ist hin und wieder dabei. Wie auch immer, diese Vergabe ist vollkommen intransparent. Und das ist eigentlich auch das Motto der IFSC. Was wir tun, geht niemandem etwas an. Wir tun, was wir wollen. Wir haben viel Macht, wir haben viel Geld und wer nachfragt, der sollte das besser lassen. Also, das ist jetzt nicht wie die Mafia, aber im Prinzip kann die IFSC auch entscheiden, dass dein Standort, wenn du mit den Bedingungen, die sie dir stellen, nicht einverstanden bist, die IFSC auch einfach sagt so, ne, also World Cup kriegst du dieses Jahr halt keinen. Nun ist die IFSC natürlich nicht das große Übel, das große Böse. Es ist dadurch, dass die IFSC einen guten Stand hat und sehr mächtig ist, natürlich auch ein Vorteil für alle Veranstalter und für alle Veranstaltungsorte, also für alle austragenden Orte. Denn sie können doch mit einigen finanziellen Mitteln, aber auch mit Beratern zur Seite stehen. Natürlich geben sie aber auch sehr viele Regeln vor und geben sehr viele Vorgaben vor, die vielleicht nicht im Sinne der Veranstalter sind. Vielleicht nicht mal im Sinne der Sportler. Und damit müssen wir jetzt eigentlich auch schon zum nächsten massiven Problem kommen, nämlich den sportlichen Bedingungen. Das Bouldern und Liedklettern hat sich in den letzten Jahren immer wieder ein bisschen verändert, auch was die Regeln betrifft. Es gab immer wieder Optimierungen, sagen wir es mal so. Man muss nicht mit allem einverstanden sein. Das ist aber eine sehr subjektive Geschichte. Viele Leute finden die neuen Regeln besser als die alten. Andere finden die alten Regeln ein bisschen beschissener. Es ist einfach eine subjektive Geschichte. Man kann sich, wenn man keine Ahnung vom Klettersport vor 2016, 2017, 2018 hat, kann man sich auch kein wirkliches Bild davon machen und dann kann man auch jetzt einfach nur sagen, findet man eigentlich die Regeln, die jetzt gerade so existieren, sinnvoll? Machen die Sinn für einen selber oder eben nicht? Und im Prinzip kann man sich damit ein subjektives Urteil bilden. Ich finde sehr vieles sehr schlecht. Ich finde sehr vieles auch sehr gut, dass das so ist, wie es ist. Und es könnte alles noch viel, viel schlimmer sein, als es ist. Aber wie das halt so ein bisschen bei jedem Sport ist, ich stecke auch noch in andere Sportarten drin, wo ich mir auch immer denke, das ist eigentlich kompletter Quatsch, dass das so ist, aber es ist nun mal so und es könnte noch viel schlimmer sein. Wie man das halt eigentlich von jedem Sport kennt. Man darf auch nicht alles schlecht reden. Deswegen, die IFSC ist auch ein wichtiger Verband. Genauso wie halt die FIFA auch ein wichtiger Verband ist. Aber halt immer mit so einem Nachgeschmack. Naja, jedenfalls gehen wir jetzt kurz auf die sportlichen Probleme ein. Das Reglement ist streckenweise schwachsinnig. Gut, das lässt sich beispielsweise, das ist wie gesagt subjektiv, an Dingen festmachen, wie eine Disqualifikation von einem Kletterer, weil er beim Klettern mit seinem Schuh eine Verankerung von einer Expressschlinge berührt hat. Und die gehört ja nicht zur Route. Er ist zwar nicht drauf gestanden, aber das ist egal, weil Regel ist Regel. Gut, das wurde dann irgendwann abgeändert, minimal abgeändert. Es muss klar sein mittlerweile, dass es sich hier um einen Vorteil gehandelt hat und es gibt mittlerweile auch so Abdeckungen für diese Bolts und so weiter. Das ist alles einfach nicht gut gelöst und man hat da einfach keine guten Regeln gefunden, die auch wirklich eingehalten werden können und so weiter. Es ist ein bisschen schwierig, aber das ist nur eins der vielen Beispiele. Die Preisgelder, das ist auch ein sportliches Problem, meiner Meinung nach, sind immer noch nicht gut. Sie sind besser geworden, aber sie sind immer noch nicht gut. Man muss bedenken, dass von diesem Preisgeld, was hier vergeben wird, natürlich nicht ansatzweise dieses Geld auch an die Athleten geht. Das wäre ja absolut traumhaft, wenn dem so wäre, aber natürlich dadurch, dass sie einem Verband unterstehen und dieser Verband dann eben auch nochmal viele Angestellte zu bezahlen hat, die sich um die Athleten kümmern und so weiter, da kann man davon ausgehen, diese Leute bekommen, die Athleten bekommen von dem Preisgeldern einen Prozentsatz, einen geringen Prozentsatz, aber im Prinzip viele der Athleten, die vor allen Dingen im professionellen Bereich arbeiten, die sind ohnehin, die haben ohnehin ein Fixgehalt, beispielsweise in Österreich über das Bundesheer, in den USA werden sie direkt über den Verband bezahlt, beispielsweise in Italien über die Polizei und das ist unterschiedlich geregelt, jedes Land hat eigene Regeln, ich glaube in Deutschland müsste es meines Wissens auch die Bundeswehr sein, bin ich mir aber gerade nicht sicher, deswegen nehmt das jetzt nicht für bare Münze, bei Deutschland bin ich mir jetzt gerade tatsächlich nicht sicher, wie die finanziert werden, vielleicht auch über die Bundespolizei, weiß ich gerade nicht, jedenfalls das sind halt quasi so sportliche Strukturen, die dafür sorgen, dass die Sportler trotzdem auch beim schlechten Preisgeld davon leben können, gesetzt dem Fall, dass sie wirklich, wirklich gut sind, denn jetzt kommen wir zum Thema Konkurrenzdruck, die Konkurrenz ist in den letzten Jahren so massiv angewachsen, dass Kletterer, das sollte man vielleicht hier einfach jetzt mal kurz erklären, damit man einen Kontext hat, Kletterer, die vor vier Jahren oder vor drei Jahren die absolute Weltspitze waren und eigentlich unangefochten, ja unangefochten sind, Punkt, die denen man einfach nichts anhaben hätte können, die sind heute Mittelmaß und die sind heute Mittelmaß, weil es sogenannte Kaderschmieden gibt, das ist quasi das unmenschliche Wort für Vereine, Nachwuchsvereine, das nennt man heute Kaderschmieden, weil das hört sich irgendwie cooler und professioneller an als ein Nachwuchsverein, bei Nachwuchsverein, da schwingt immer irgendwie so eine Stammtischparole mit, aber deswegen sagt man jetzt, Kaderschmiede hört sich natürlich viel besser an und überhaupt nicht totalitär und militaristisch, gar nicht, überhaupt nicht, jedenfalls gibt es heute eben die großartigen Kaderschmieden und die Deutschen behaupten ja, sie haben die professionellste Kaderschmiede, was das Wettkampfplättern betrifft, die Österreicher behaupten übrigens exakt das gleiche, die Amis sind es tatsächlich dann letztlich, die Amis und die Japaner haben tatsächlich die besten Kaderschmieden aktuell, was das betrifft und der Konkurrenzdruck steigt dadurch enorm, denn heute wirst du mit 6 Jahren darauf gedrillt, richtig guter Kletterer zu werden, eben wie beim Fußball auch. Dieser Konkurrenzdruck sorgt dafür, dass heute 16-Jährige und 17-Jährige weitaus besser klettern als die absolute Weltspitze der letzten 6, 7 Jahre. Das ist weird, das klingt im ersten Moment ein bisschen absurd, weil die auch insgesamt rein ab in absoluten Zahlen schon viel, viel weniger Erfahrung gehabt haben bis jetzt als der, weiß ich nicht, 24-Jährige beispielsweise. Aber man muss eben dazu sagen, dass heute wirklich gedrillt wird. Heute geht's bei, gerade in den USA und in Japan wirklich mit einem strukturierten Tagesplan, auch schon für die Kleinsten, auch schon für 6, 7-Jährige, wirklich um strukturiertes Training. Und das gab's halt vor 15 Jahren noch nicht so und deswegen sieht's halt heute ein bisschen anders aus und der Konkurrenzdruck wird dadurch enorm. Was bedeutet das für alle Kletterer insgesamt? Natürlich, dass dieses Preisgeld, das eh schon sehr wenig ist, jetzt auch noch extremst umkämpft wird. Und dass die wenigen Verbände, die Zugriff auf Geld haben, auf Fördermittel, staatliche Fördermittel, aber auch Sponsorengelder, dass dieses Geld noch umkämpfter wird, dass ein Platz in einem fixen Team, in einem nationalen Team noch viel umkämpfter ist und dass viele Leute, die eigentlich unfassbar starke Kletterer sind, also wirklich unglaublich starke Kletterer sind, da einfach nicht mehr mithalten können und wirklich sehr viel Zeit investieren. Also man muss sich das, wenn ich das jetzt aus meiner eigenen Praxis sagen kann, man muss sich schon 30 Stunden die Woche mit Klettern auseinandersetzen, wenn man im professionellen Sinne unterste Schublade sein will. Und das ist sehr viel Zeit, wenn man sich überlegt, dass man ja damit kein Geld verdient. Man macht das als Hobby in dem Sinne, dass man keinen Cent dafür verdient. Im Gegenteil, man muss sehr viel Geld dafür bezahlen, weil man muss immer wieder neue Kletterschuhe kaufen, man braucht immer wieder Jog-Nachschub, man braucht Jahreskarten für diverse Kletterhallen, für Boulderhallen und so weiter. Man braucht Geld mal für einen Trainer, für Physiotherapie und so weiter. Das ist ein, also es ist wirklich ein Grab, ein Geldgrab sondergleichen und du verdienst nichts damit und bist eigentlich wirklich unterste Schublade. Und das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Also jemand, der gut klettern kann, ist immer noch von einem professionellen Ansatz so verdammt weit weg. Das ist, das wir, das ist ja übrigens überhaupt keine Kritik an dieser Stelle. Das hört sich jetzt vielleicht gerade ein bisschen kritisch an, aber das ist überhaupt keine Kritik. Das möchte ich an dieser Stelle wirklich betonen, diese, diese ganze Situation, diese ganze, diese ganze extrem hochprofessionalisierte Situation, die ist nicht kritisch, sie ist einfach nur so wie sie ist. Und das Problem ist aber, dass insgesamt viel zu wenig Geld für Förderung von sehr, sehr guten Kletterern da ist. Also jemand, der 7b plus klettern kann in der Halle, im Rotpunkt, das muss jetzt übrigens niemandem was sagen, der sich mit dem Klettern nicht beschäftigt, das ist jetzt gerade eigentlich komplett scheißegal. Wer das klettern kann, ist ein sehr guter Kletterer, aber er ist halt nicht da, wo ein Profi ist. Und er ist auch nicht förderungswürdig für die Profis, denn die Profis sind halt noch sehr viel weiter oben. Und diese Diskrepanz, die gilt es eigentlich auszugleichen. Und dafür fehlt diesem Sport aber die finanziellen Mittel. Die IFSC übrigens, und hier kommen wir jetzt zu meinem Hauptkritikpunkt, auch an der IFSC, die IFSC hätte diese finanziellen Mittel, das in mehreren Staaten zu fördern. Es heißt nicht, dass sie das alleine finanzieren müssen und Gott bewahre. Aber all diese Standorte, nur zur Information für alle Leute, die das nicht wissen, haben Sponsoren noch und nöcher. Im Klettersport ist es aktuell so, dass sich die Firmen anstellen, um Sponsor sein zu können. Weil, und das ist jetzt eine Sache, die man auch wissen muss, Klettern explodiert. Das ist ein Trendsport, sondergleichen. Jeder will anfangen zu klettern. Hallen klettern ist so dermaßen explodiert in den letzten Jahren, dass mittlerweile teilweise Kletterhallen überlegen, wie sie expandieren können in ihrer Größe, weil sie vollständig überlastet sind. Das sind First World Problems sondergleichen. Und das wissen natürlich auch die Firmen, die sich vielleicht als Sponsoren platzieren wollen. Und auch Lokalsponsoren sind zum Beispiel bei diesen Events sehr beliebt. Letztes Wochenende beispielsweise in Innsbruck. Da gab es ja den World Cup Station in Innsbruck. Und da sind die Tiroler Tageszeitung als Lokalsponsor. Japan Airlines ist immer als Hauptsponsor der IFSC unterwegs. Und da steckt insgesamt sehr viel Geld dahinter. Dieses Geld könnte die IFSC auch dafür nutzen, teilweise lokale Verbände zu fördern. Aber nur mit der Zweckbindung, mit der absoluten Zweckbindung, dass diese Gelder nicht in Nachwuchsförderung, nicht in diese berüchtigten Kaderschmieden, das ist so ein perverses Wort, fließen dürfen, sondern eben in die Förderung von Hobbyvereinen. Denn Hobbyvereine sind das, wo am meisten schief geht. Hobby-Kletterer, die richtig gut klettern, sind die Kletterer, die sich am häufigsten verletzen. Liebe Grüße an mich selbst an dieser Stelle. Hobby-Kletterer, die wirklich gut klettern, aber einfach gern noch ein bisschen besser werden würden. Nicht unbedingt, weil sie unbedingt Profis werden wollen, sondern einfach, weil sie gerne richtig hart klettern wollen. Weil sie sich einfach selber gerne fordern möchten. Das sind Dinge, die könnte man fördern, die sollte man meiner Meinung nach auch fördern. Dafür werden viele Institutionen zuständig, aber es fehlt an finanziellen Mitteln. Es gibt Verbände, sowohl nationale als auch internationale Verbände, die die finanziellen Mittel dafür hätten mittlerweile. Denn lächerlicherweise ist der Klettersport immer noch ein sehr billiger Sport. Also die Veranstaltung solcher Events ist aufgrund der Tatsache, dass der Sport für sich selber noch nicht so eine aufgeblasene Größe hat, immer noch günstiger ist ein Fußballspiel beispielsweise zu organisieren. Und hier muss man aber sagen, dadurch, dass trotzdem jetzt schon relativ viel Geld im System ist, wäre das Geld natürlich frei zu machen für solche Zwecke, ist aber nicht erwünscht. Wir stecken es lieber in die Kader schmieden. Naja, wie auch immer. Wir möchten also keine Profis aus der Erwachsenenzeit mit minimaler Chance, dass sie vielleicht tatsächlich noch Profis werden können. Wir möchten die Kids und wir fischen die ab. Sobald sie 16 sind, geht es in den World Cup und fertig ist die Kiste. Und wenn sie nicht mehr taugen, dann werden sie einfach fallen gelassen. Das ist eine traurige Entwicklung, denn Klettern ist noch nicht lange so. Es ist erst ein paar Jahre her, da war Klettern noch ein sehr freundlicher Vereinssport. Und das ist das, warum ich auch heute darüber so sprechen möchte. Und das ist auch das, warum ich heute oder grundsätzlich so emotional demgegenüber bin. Klettern war ein Vereinssport. Klettern war ein Sport, der hat sich daraus entwickelt, also dieser Leistungssport dahinter, hat sich daraus entwickelt, dass sich viele Leute mit viel guter Laune und Motivation zusammengeschlossen haben und gut geklettert sind. Das war übrigens 2000, das ist noch gar nicht so lange her übrigens. Das ist erst ein paar Jahre her, da war das noch so. 2009, 2010, das waren Zeiten, da sind Leute mit 30 auf der Bühne gestanden, also die Bühne war halt damals noch ein bisschen dreckiger und es war halt alles nicht so sauber und es waren halt nur 500 Leute vor Ort und nicht 5000 und so weiter. Das war natürlich anders, aber es war ein sehr familiäres Umfeld, es war viel weniger gedrillt. Du warst halt 30 Jahre alt, gut, ist ja egal, aber wenn du es kannst, ist ja cool. Und man hat sich trotzdem innerhalb von so kleinen Gruppen gepusht. Das war irgendwie anders und das ist heute nicht mehr existent, weil es einfach keine Förderungsmöglichkeiten mehr gibt, weil es unfassbar teuer wäre, sich gegenseitig zusammenzuschließen, weil man sich einen Trainer oder sowas gar nicht mehr leisten kann. Also das sind Dinge, die Entwicklungen, das hätte man anders machen können. Beim Fußball würde ich heute sagen, ja gut, ganz ehrlich, das ist jetzt seit 100 Jahren so Pech gehabt, ganz ehrlich, dass es alles durchkommerzialisiert ist und durchgerechnet ist. Das wirst du auch nicht mehr aufbrechen können, unmöglich, weil du selbst in der siebten Liga von hinten immer noch Geld verdienst und so weiter. Also da geht es auch schon um Kohle. Aber das hätte man im Klettern ja anders machen können und man wollte aber nicht, denn jetzt kommen wir zur richtig ekelhaften Entwicklung. Jetzt wird es richtig ekelhaft, meine lieben Zuhörer, denn man wollte so werden wie der Fußball. Das ist das, was so richtig schmerzt, warum sehr viele Leute heute oder auch gestern, als es noch ein bisschen lockerer war vor einigen Jahren eben, das gestern, als da eben noch deutlich mehr der Eindruck gewonnen wurde, naja, aber man könnte ja Geld damit verdienen, als die IFSC es roch, ja, es könnte ja gehen, es könnte ja, wir wollen auch so werden wie der Fußball, wir wollen richtig hohe Lizenzen verkaufen können für die Übertragungsrechte und so weiter. Übrigens, kleiner Funfact an dieser Stelle, vor zwei Jahren war es noch vollkommen undenkbar, dass man für ein Kletter-Event bezahlen muss als Eintritt und viele von euch werden jetzt sagen, ja gut, aber bezahlen, das ist ja eigentlich nicht so ungewöhnlich, jeder muss ja irgendwie an Geld kommen, aber vor zwei Jahren war die IFSC genauso groß wie heute. Was passiert eigentlich mit den ganzen Zusatzeinnahmen, die jetzt dadurch entstehen, dass man einfach gestern mal so ein paar 10.000 Euro einfach nur durch Ticket-Einnahmen dazu bekommen hat, die man vor zwei Jahren aber nicht mal gebraucht hat, weil das Event eins zu eins genauso aussah. Was passiert jetzt eigentlich mit der ganzen Kohle? Darf ich das wissen oder ist das auch secret, ist das auch ein bisschen intransparent? Aber das macht ja nichts, weil die IFSC ist ja die gute Fee. Ohne die IFSC ging ja gar nichts. Das ist ja auch so ein schöner Satz, um den ich immer wieder streiten muss mit Leuten, mit denen ich über die IFSC diskutiere. Ohne die IFSC gäbe es ja gar nichts. Aber rechtfertigt das eigentlich strukturelle Probleme oder ist das einfach nur eine fade Ausrede dafür, dass man sich selber um nichts kümmern muss? Weil die strukturellen Probleme werden dadurch meiner Meinung nach nicht gut erklärt. Auch nicht gut gerechtfertigt übrigens. Und wenn man viel Geld verdient, dann sollte man meiner Meinung nach auch offenlegen, wofür die Kohle letztlich rausgeht. Warum ist das nicht transparent? Naja, wer weiß. Sprechen wir über ein paar sportliche Probleme. Wir sollten nicht zu viel in das Thema Korruption, ah, Quatsch, nicht Korruption, das wäre ja illegal. Ich meine natürlich Organisation sprechen. Wir sollten ein bisschen über den Sport auch noch sprechen. Wir sollten darüber sprechen, wie schlecht eigentlich dieser Bewerbe meistens organisiert sind. Wie schlecht. Und dass dafür Geld verlangt werden darf. Das ist eigentlich, da wird es richtig eklat. Natürlich ist das Ganze mittlerweile profitorientiert. Mittlerweile werden, gibt es Senderlizenzen. Mittlerweile kann man sich das nicht mehr kostenlos anschauen. Es gibt keine Streams mehr. Das alles wird verkauft und verscherbelt, wo es nur geht, an den Höchstbietenden. Und das interessiert auch niemanden mehr, wer daran verdient. Also das wird halt dann an Eurosport und so weiter verscherbelt. Ist alles scheißegal. Es ist alles scheißegal. Hauptsache es bringt Geld. Ist wurscht. Also vollkommen egal. Es geht nicht mehr um die Sportler. Es geht übrigens auch nicht mehr um die Fans. Also falls ihr Kletterfans seid, ha, schön blöd. Weil auch ihr, das was ihr vor zwei Jahren bekommen habt, an dem Punkt werdet ihr nie wieder zurückkommen. Das auch nur mal so als Fakt dargestellt. Das ist halt so. Damit müsst ihr jetzt leben. Unterm Strich muss man sagen, der Sport ist aber nicht gut. Dieser Leistungssport, der wird, der hätte, also der könnte viel besser ablaufen. Auch organisatorisch betrachtet. Gehen wir zum Beispiel mal darauf ein, dass man, wenn man ein Zuschauer ist und man live hingeht, da ist man im Prinzip immer der Dumme. Ja, man hört im Hintergrund, man hat ein bisschen mehr Stimmung und so weiter. Aber im Prinzip, die Organisation ist richtig schlecht. Denn es wird ja versucht, mit möglichst wenig Geld möglichst viele Menschen zum Bezahlen mittlerweile, das ist ja das Absurde, man bezahlt ja wirklich für beschissene Organisationen, zu bringen. Und das endet halt dann darin, dass man einfach vor der Wand steht. Also es müssen halt alles stehen, es gibt keine Sitzplätze oder sowas. Es gibt ironischerweise manchmal auf den Tribünen dann so VIP-Bereiche. Wisst ihr, das sind halt dann so die Bereiche, diese Karten kann man nicht kaufen, da gibt es keine Karten dafür. Da muss man halt jemanden kennen. Das ist auch so ein Problem, oder? Also Freund der Wirtschaft, so, das ist, das ist also, das ist natürlich auch ein Problem. Aber darüber kann man ja nicht im Klettern sprechen, weil, wenn man, wenn man, ja, wenn man Klettersport kritisiert, dann heißt es wieder, ja, 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 aber man muss auch überlegen, was alles Gutes passiert. Genau, darf man nicht kritisieren, ganz wichtig. Jedenfalls ist es so, es ist halt alles fürchterlich organisiert. Die Verbände schieben es auf das IFSC, die IFSC schiebt es wieder auf die Verbände, die schieben es dann wieder rum zum lokalen Veranstalter, zur Kletterhalle beispielsweise, die das, die das Event veranstalten und so weiter. Also da, da wird halt dann ein bisschen herumgeschoben in den Verantwortungen, warum was schief läuft zum Beispiel, warum nicht mehr Personal eingestellt wird, warum Sicherheitsdienst schlampig arbeitet und so weiter. Da wird halt dann ein bisschen herumgeschoben, bis einfach keiner mehr weiß, wer daran schuld ist. Im Zweifelsfall geben wir die Schuld einfach den, ja, weiß ich nicht, den Medienproduzenten, dem ORF oder so. Die, die können ja auch mal schuld sein, ist ja kein Problem. Irgendwer wird schon schuld sein. Und im Prinzip hat man als Konsument, als Gast, als Kunde, als Zuschauer überhaupt nichts davon, aber ist ja auch egal, zahlen soll man. Jedenfalls ist es so, dass auch während der sportlichen Veranstaltung, während dem, ja, ich sag jetzt mal, während halt die Leute klettern, während dem, wofür wir alle gekommen sind, dass auch da sehr viel schief geht. Man sollte mal anfangen beim Routensetzen. Natürlich ist Routensetzen das beschissen, die undankbarste Situation im Klettersport. Ich bin für jeden Menschen dankbar, der innerhalb des IFSCs Routen setzt. Wer das tut, braucht Nerven aus Stahl. Denn immer, wenn was schief geht, bist du schuld. Immer, wenn was gut läuft, interessiert es keinen, also wirklich, niemand, niemand interessiert, wenn eine Route richtig gut gesetzt worden ist, geht nie jemand zu einem Routensetzer und sagt, hast du gut gemacht. Aber wenn was schlecht läuft, dann musst du voll ausschöpfen. Weil dann bist du schuld. Definitiv. Und das ist natürlich eine undankbare Situation. Deswegen gibt es auch nicht sehr viele Routensetzer. Außerdem, du musst als Routensetzer auch ein richtig, richtig starker Kletterer sein. Das heißt, die Schnittmengen aus den diversen Fähigkeiten, die sorgen automatisch dafür, dass die Anzahl der Routensetzer doch sehr limitiert bleibt. Man muss ein sehr guter Kletterer sein. Man muss sehr kreativ sein können. Man muss auch gut zusammenarbeiten können. Weil es ist oftmals auch ein Team-Erford, gerade bei so World Cup-Routen, wo es wirklich drauf ankommt. Und man muss auch in gewisser Weise natürlich Bock drauf haben, Routen zu setzen. Also auch das ist ja nicht immer lustig. Das macht oftmals auch einfach gar keinen Spaß. Irgendwie in der Hitze oder wenn es richtig feucht in der Luft ist, dann hier irgendwo herum zu baumeln und Routen zu schrauben. Das macht manchmal auch gar keinen Spaß. Und das alles wird dann auch nicht wirklich gut bezahlt. und man muss durch die Welt reisen, gerade wenn man internationalen Routen setzt. Es ist alles sehr undankbar. Und diese Leute, die sind immer dafür verantwortlich, wenn das schief geht. Und so wie es jetzt letzten Sonntag in Innsbruck war, das Damenfinale, war eine absolute Vollkatastrophe. Das muss man einfach so sagen. Denn die war katastrophal gesetzt. Die Route war sehr schlecht. Das kann man einfach objektiv sagen. Also wer schon länger als sechs Monate klettert, kann einfach unter dem Strich sagen, das war eine beschissene Route. Die war einfach schlecht. Punkt. Aber das war ja nicht mal das Blöderste. Das Allerblöderste war, dass man die Zeit, die Uhrzeit, zu der der Bewerb losgeht, zu einer Zeit, das fand zu einer Zeit statt, als der Sonnenuntergang gerade war und als es 32 Grad in der Sonne, in der prallen Sonne, an der Wand hatte. Das muss man erst mal verinnerlichen, wie blöd das eigentlich ist. Das hatte übrigens nichts mit den Routensetzern zu tun oder nur semi was mit den Routensetzern zu tun. Denn würde man das Ganze eine Stunde später machen, dann hätten wir kein Problem gehabt. Natürlich. Mir ist das alles klar, warum das um 19 Uhr startet und warum es nicht um 20 oder 21 Uhr startet. Man muss hier Leute beruhigen. Man muss hier die einzelnen Bezirke beruhigen. Dass es hier lauter ist und so weiter und um die Uhrzeit und am Sonntag und so weiter. Ich verstehe das schon alles. Mir ist das alles bewusst. Aber der sportliche Aspekt eines Leistungsbewerbs, eines Wettbewerbs, ist es, dass die Menschen oder die Teilnehmer unter den gleichen Bedingungen geprüft werden können. Wenn aber die gleichen Bedingungen bedeuten, dass man einen Hitzekollaps kriegt, wenn man noch nicht mal in der Wand steht. Stell dir mal vor, wie das 15 Meter weiter oben ist. Wenn man einen Hitzekollaps kriegt, wenn man noch nicht mal in der Wand steht, wenn man extrem warmen Gummi an den Füßen hat, weil sich der Gummi einfach extrem aufheizt in der Sonne, dann rutscht man von den besten Tritten einfach runter wie von Schmierseife. Und genau das ist beispielsweise letzten Sonntag passiert. Das passiert immer wieder bei Kletterwettbewerben, dass die Routen zwar so la la gesetzt sind, aber die Ausrichtung der Route nicht bedacht wird. dass eine West-Nordwestliche Ausrichtung halt Quatsch ist, wenn man abends klettert. Das ist sinnvoll, wenn der Wettbewerb um 12 Uhr mittags ist. Aber jedenfalls Bullshit, wenn man in der Dämmerung klettert. Gerade an so heißen Tagen. Jetzt kann man wieder sagen, gut, aber heiße Tage, das kann ja keiner was dafür. Richtig. Aber dann muss man die Routen anpassen. Dann müssen die Routen massiv leichter werden. Wenn, so wie letzten Sonntag, die beste, mit Abstand beste Klettererin der Welt diese Route, eine Route nicht toppt, dann weiß man, die war hart. Aber warum war sie hart? Sie war auf der einen Seite hart, weil sie richtig schlecht gesetzt wurde. Für alle Interner, die das jetzt auch gesehen haben, die Parts, die richtig schlecht waren. Der Start war schon mal awkward. Der war nicht so intelligent. Ein weiterer, richtig schlechter Aspekt war natürlich dann dieser Dino-artige Move, der statisch hätte gelöst werden können. Aber dafür war es dann eben wieder zu rutschig. Janja Garnbrett war dann die eine, die quasi gesprungen ist und den dann auch halten konnte. Und was aber so vielleicht gedacht war, vielleicht auch nicht, man sieht, wenn man nicht mal die Intention der Routensetzer nicht mal im Nachhinein erkennen kann, dann weiß man, dass das einfach alles kompletter Bullshit war. Aber unterm Strich kann man sagen, die Route war schlecht gesetzt, aber vor allen Dingen, die Uhrzeit wurde nicht bedacht. Hätte man das gemacht, hätte man gesagt, ach du Scheiße, okay, es hat heute 32 Grad an der Wand. Das ist zu viel für unsere Kletterer. Wir müssen die Route entschärfen. Wir müssen Tritte besser machen oder Griffe besser machen. Wenn man das gemacht hätte, wäre das Event wahrscheinlich deutlich besser ausgegangen, als es eben jetzt ausgegangen ist. Aber das ist jetzt kein strukturelles Problem, sondern ein systematisches Problem, auf das ich hinweisen möchte, denn es steht symptomatisch für sehr viele andere Wettbewerber, bei denen es genau so läuft. Und jetzt ist meine Frage, wieso läuft das so schlecht? Wieso kann man das nicht besser machen? Wer sitzt da dahinter und entscheidet das? Entscheiden das tausend Leute und deswegen verschleppen sich solche Entscheidungen und da wird dann quasi einmal abgestimmt und ja, dann ist das halt so. Gibt es da keinen Diskurs mehr? Gibt es da keinen Konsens mehr? Wenn man gerade dabei ist, diese Routen zu entwickeln, dürfen die Routensetzer nicht sagen, Moment mal kurz, ich habe meine Frage, warum machen wir das hier eigentlich gerade? Ist das nicht absoluter Quatsch? Das frage ich mich schon. Und wenn das einmal vorkommt, dann ist das natürlich blöd. Sagen wir es, wie es ist. Das ist halt blöd, das ist halt ärgerlich, aber es kommt im Leistungsklettern immer wieder vor. Im Bouldern ist es noch viel, viel schlimmer übrigens. Bouldern werden für Damen und auch für Herren immer wieder viel zu schwer oder viel zu leicht gesetzt. Und ich weiß, ich sage es nochmal, die Routensetzer tun mir leid, denn sie sind wirklich immer die ärmsten Schweine. Da muss man halt mal drangehen. Es geht ja mittlerweile um viel Geld. Man kann sich ja nicht mehr darauf ausreden, dass das hier Hobbywettbewerbe sind. Da hängen sehr, sehr viele Existenzen dran. Also man muss halt auch, wenn man wächst als Sport, das ist eigentlich meine Kernmessage, wenn man als Sport wächst und größer wird, dann muss man auch die Verantwortung übernehmen zu sagen, wir dürfen uns Kinderkrankheiten halt nicht mehr leisten oder eben nicht mehr so oft leisten. Das wäre wichtig für den Sport und das wäre wichtig, eine wichtige Message insgesamt für alle Leute, die diesen Sport auch verfolgen. Hey, wir nehmen euch ernst, wir nehmen auch eure Kritik übrigens ernst. Und holy shit, die Kritik ist groß und sie ist laut und sie wird in vielen Foren geteilt und viele Menschen beschweren sich. Ich rede regelmäßig in der Kletterhalle mit Leuten, die einfach nur noch angekotzt sind von diesen Wettbewerben, weil sie immer schlecht organisiert sind, weil sie oftmals Probleme im Root Setting haben und oftmals Probleme auch bei den Athleten, also oftmals Probleme bei den Athleten gibt. Es gibt genug Athleten, die sich über die Organisation beschweren. Ich habe jetzt mal eine ganz allgemeine Frage, auch ans IFSC. Wenn sich alle beschweren, hat dann noch nie irgendjemand das Gefühl gehabt, dass man vielleicht mal was ändern könnte oder auf die Kritik eingehen könnte, dass man vielleicht darauf eingehen könnte, dass man flexibler werden muss, auch in der Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen und auch den lokalen Veranstaltern, die letztlich dafür verantwortlich sind, dass, wie etwas aussieht, beispielsweise, hat dann noch nie jemand drüber nachgedacht. Wenn sich alle über ein Event beschweren und jeder ein Event unterm Strich scheiße findet, warum setzt man das eigentlich immer wieder so fort? Und die Antwort darauf ist meiner Meinung nach, jetzt haben sie es gerochen. Jetzt haben sie den FIFA-Spirit gerochen. Du kannst alles machen, was du willst, wenn du genug Sponsorengelder hast, wenn du genug Einnahmen über Tickets machst, wenn du genug Einnahmen über die Medienrechte, über die Verwertungsrechte des Bildmaterials machst, dann ist es unterm Strich scheißegal, was die Fans tun und wollen. Sie sind so treue Idioten. Sie bleiben dem Sport treu, weil sie den Athleten treu bleiben. Und die Athleten wollen einfach nur klettern. Die Zuschauer wollen einfach nur den Athleten zuschauen. Und dahinter steht ein Verband, der perfekt weiß, wie man beide Seiten gerade so noch gut genug behandeln muss, damit sie einen nicht abspringen, aber trotzdem so lange ja, einfach nur im Regen stehen lässt. Wortwörtlich teilweise übrigens. Bis sie einfach quasi das Minimum an Aufwand erzeugen. Die Athleten sollen so aufwandslos wie möglich abgefertigt werden können. Die Zuschauer sollen so aufwandslos wie möglich abgefertigt werden können. Und dann hat man quasi das Meister am Profit gemacht. Da hat man die Medienrechte verkauft. Dann hat man die Tickets verkauft. Dann hat man die Preisgelder schön niedrig gehalten, weil es ist ja noch ein kleiner Sport. Das ist ja eine schöne Rechtfertigung. Das ist ja ein kleiner Sport. Das kennt ja keiner. Ach Quatsch, das kennt ja niemand. Aber die Medienrechte an Eurosport verkaufen, das geht. Auch als kleiner Sport. Muss man sich mal vorstellen. Eurosport, das ist ja auch so ein Nischensender. Kein Schwein kennt Eurosport. Also man sieht Nischensender, Nischenmedien, ORF, österreichischer Rundfunk. Das sind ja so Nischensender und Nischensport. Das passt ja gut zusammen. Ist ja klar. Macht ja, gibt ja ein stimmiges Bild ab. Man muss unterm Strich sagen, beim Klettersport läuft vieles schief. Und der Klettersport macht Spaß anzusehen. Aber nie im Wettbewerb. Ich schaue den Athleten hier in Innsbruck sehr gerne beim Training zu. Sie klettern richtig stark. Es macht richtig Spaß, ihnen zuzusehen. Und ganz ehrlich, ich bin immer noch wahnsinnig beeindruckt davon, dass diese ganzen Menschen, die zu den Events kommen und die Athleten anfeuern, dass sie immer noch da sind. Weil sie so an den Athleten hängen. Weil sie so an den Leistungen dieser Menschen hängen. Und auch ich tue das. Und ich fiebere mit, wenn die Menschen, wenn die Athletinnen und Athleten an der Wand klettern. Aber davor und danach habe ich immer schlechte Laune. Und das mag ich nicht. Ich mag keine schlechte Laune. Ich habe mein ganzes Leben lang schlechte Laune. Und ich habe so ganz kurze Ausnahmemomente. Ganz kurz. Wenn die Athleten einfach klettern. Wenn sie in der Wand sind. Und das Schlimmste ist, dass es dann so Situationen gibt, wie am Sonntag, letzten Sonntag, dass selbst dann einfach nur die schlechte Laune überwiegt. Weil so viel wieder falsch gemacht wurde. Weil bei den Damen so viel falsch gemacht wurde. Weil die Damen nicht einfach nur Pech hatten. Weil die Damen nicht einfach schlecht war. Sondern weil die Route Müll war. Und weil es viel zu heiß war. Und weil die Ausrichtung und die Uhrzeit des Events falsch war. Und man das natürlich nicht 10 Minuten vorher ändern kann. Und natürlich auch nicht eine Woche vorher ändern kann. Aber ich gebe euch jetzt einen Tipp. Man wusste letztes Jahr im September schon, dass wenn die Veranstaltung Ende Juni ist, dass es wahrscheinlich warm sein wird. und das und jetzt werde ich richtig Verschwörungstheoretisch, dass es sogar sein könnte, dass Ende Juni die Sonne scheint. Und das ich meine jetzt wird es komplett spekulativ. Man hätte vielleicht im September sogar schon ahnen können, dass eventuell möglicherweise ganz ganz theoretisch die Sonne im Westen untergeht. und wenn man dann eine Wand mit Nordwest-Ausrichtung beklettert, es vermutlich vermutlich heiß sein wird. Wenn die Sonne scheint. Aber wer hätte denn damit ahnen können? Und ich weiß, ihr sagt jetzt wieder der regt sich so künstlich auf. Nein, ich reg mich nicht künstlich auf. Ich reg mich ganz ehrlich auf. Weil ich hänge mit meinem Leben an diesem Sport. es ist so ein nicht finanziell gesehen, nicht existenziell, aber meine Freizeit ist dieser Sport. Und es ist so ein schöner Sport und es ist so schön, dass wir das auch in einen messbaren Leistungsbereich gebracht haben. Weil so viele Leute davon begeistert sind. Und darunter stehen aber diese zwei großen Probleme. Erstens mal, dass in den letzten Jahren alles schlechter wurde. Und früher war alles besser. In diesem Fall zu 100% Zutritt. Das ist das eine. Aber das andere ist und was das das macht mich persönlich einfach nur wütend. Ich kenne so viele begabte Kletterer. Kletterer, die so viel besser sind als ich. Kletterer, die genauso gut sind, wie ich mal war. Und die alle werden einfach fallen gelassen. Diese Menschen müssen sich alle irgendwo im Internet Kletterpartner suchen, damit sie überhaupt noch trainieren können. Damit sie überhaupt noch sich weiterentwickeln können. Diese Menschen wollen einfach nur einen Verein, dem sie sich anhängen können, wo vielleicht auch ein Trainer dabei ist, der ihnen hilft, der ihnen Tipps gibt. Nicht einfach nur eine Gruppe, die sich zusammenschließt und dann halt miteinander bouldert oder Vorstiegsklettert, sondern wirklich ein Verein, so wie das früher oder so wie es heute auch immer noch beim Fußball ist, dass du einen Trainer hast, dass du vielleicht sogar zwei Trainer hast und die schauen dann drauf, was machst du da eigentlich falsch und richtig, die darauf schauen, dass du es nicht übertreibst, dass du dich nicht verletzt, die helfen dir beim Training auch, auch abseits der Wand. Und dieser ganze Spirit, der wird einfach fallen gelassen. Und das ist wahnsinnig schade und das sind diese zwei Aspekte. Die Tatsache, dass es das eine, das was ich gerade gesagt habe, nicht mehr gibt und die Tatsache, dass der Klettersport sich in den letzten Jahren zu so einer Commerz-Hure entwickelt hat, dass es einfach nicht mehr schön ist, zuzuschauen. Und dass so viel falsch läuft. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, es läuft natürlich vieles richtig. Ich habe es zu Beginn schon gesagt, das hier ist Meckern. Und ich finde aber, hätte ich so einen Podcast vor zwei Jahren gemacht, dann wäre das Meckern auf hohem Niveau gewesen. Aber heute ist es, haben wir dieses Niveau irgendwie nicht mehr. Durch diese Kommerzialisierung des Klettersports haben sich viele Dinge zum Schlechteren entwickelt, die bewusst so entschieden wurden, weil man sich gedacht hat, wir melken die Kuh, jetzt geht's los, jetzt wird gemolken. Aber es hat sich dann nichts mehr verbessert. Man kann nicht auf der einen Seite für den Service, den man vorher über Sponsoren, nur über Sponsoren finanziert hat, jetzt auf einmal auch den Zuschauern umhängen, aber keinen Mehrwert für die Zuschauer schaffen. Ihr habt basically einfach nur das Geld, das ihr vorher schon gehabt habt, weil ihr es von Sponsoren gehabt habt, um Veranstaltungen zu finanzieren, denn die Veranstaltungen gab es ja vorher auch schon. Ihr habt einfach dieses Geld genommen, nutzt es weiterhin, um die Veranstaltungen zu finanzieren, nur mit dem Unterschied, dass ihr jetzt auch noch richtig viel Zusatzkohle von den Zuschauern haben wollt. Ihr versucht halt jetzt die Zuschauer zu melken, die ihr vorher nicht melken wolltet oder konntet. Schade. Richtig schade. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und der Klettersport ist der schönste Sport meiner Meinung nach der Welt. Er ist gut messbar, er ist gut vergleichbar, er ist Leistungssport, er ist ein toller Hobbysport, man kann ihn draußen machen, man kann ihn drinnen machen, man kann ihn mit allen Leuten machen. Egal ob jung, alt, dick, dünn, groß, klein, Mann, Frau, oder was auch immer du glaubst zu sein oder sein möchtest oder bist. Vollkommen egal. Jeder Mensch kann klettern. Behinderte, körperlich Behinderte, geistig Behinderte, alle klettern sie, alle können klettern. Aber wir bieten keine Plattform dafür. Und das ist echt verrückt. Es gibt viel mehr Anlaufstellen für Hobbyfußballer, obwohl man fürs Fußballspielen zwei gesunde Beine braucht, halbwegs Gehirn, man muss halbwegs schnell sein, man darf nicht zu dick sein, man muss relativ gut laufen können und so weiter. Und da gibt es für jeden und trotzdem, obwohl das so eine eingeschränkte Zielgruppe ist, gibt es da wirklich in jedem Kuhdorf eine Anlaufstelle. Aber fürs Klettern, das ja jeder Mensch auf der Welt machen kann, selbst Blinde, Taube, Blinde, jegliche Behinderung, die du hast, ist trotzdem immer noch geeignet dafür, dass du klettern gehen kannst. Und trotzdem haben wir hier keinerlei Anlaufstellen dafür, keine Förderung. Auch die Staaten sind hier in Verantwortung. Und es ist einfach schade, denn es ist so ein schöner Sport und selbst auf Leistungsebene ist es immer noch ein schöner Sport. Und ganz ehrlich, viele Sportarten sind auf Leistungsebene wahrlich nicht mehr schön anzusehen. Aber Klettern schon. Und ja, natürlich, es gibt beim Klettern auch im Leistungsbereich Probleme. Die Probleme, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, die Veranstaltungen sind oftmals crap. Der Spirit, der in den Verbänden vorherrscht, ist scheiße. Da ist so viel Müll. Aber unterm Strich könnte ja dieser ganze Leistungssport klettern. Es gibt auch ganz viele andere Probleme. Es gibt massive Probleme mit Doping. Und da erzählen mir wieder, Leute, es gibt ja gar kein Doping, weil die müssen Doping-Tests machen und die sind alle negativ. Und da frage ich mich echt immer, tut mir leid, aber es gibt auch da massive Probleme und man muss, man muss wirklich viel kritisieren beim Klettersport, aber man darf unterm Strich am Ende des Tages nicht vergessen, dass es ein sehr, sehr schöner Sport ist. Und dass wir aber viel mehr dafür tun müssen, dass der zelebriert wird und dass es Menschen gibt, die sich dafür auch einsetzen, dass dieser Sport sich weiterentwickelt. Übrigens nicht nur auf Leistungssport-Ebene und vor allen Dingen Weiterentwicklung sollte nicht bedeuten, dass alles teurer wird. Dass jetzt Zuschauen nicht mehr gratis ist, sondern viel Geld kostet. Was ich übrigens per se nicht verurteile. Aber ich sage, es sollte halt irgendeinen Mehrwert geben. Es sollte halt irgendwas anders sein im Vergleich zu vor zwei Jahren. Wie kann es eigentlich sein, dass ein Event, ich wiederhole mich, ich weiß, vor zwei Jahren genauso aussieht wie heute, aber heute kostet es 20 Euro pro Nase und damals nicht. Wie kann das überhaupt sein? Ja, okay. Ich habe am Anfang des Podcasts angekündigt, ich möchte unaufgeregt sein. Ich muss zu meiner Verteidigung gestehen, das, was ihr jetzt hier gehört habt, die letzten 50 Minuten, war schon sehr, sehr unaufgeregt. Privat wissen viele Menschen, wie viel schlimmer dieses ganze Thema mich persönlich tatsächlich belastet. Und es ist wahrlich ungesund, wenn man sich zu lange mit dem Thema auseinandersetzt, weil, ja, man kriegt Herzprobleme. Und ich weiß, viele Leute, die auch jetzt hier zuhören, sehen das nicht so. Viele Leute sagen, die IFSC ist super. Die Tatsache, dass hier Gelder fließen, ist super. Die Tatsache, dass sich alle so um Events kümmern, ist super. Die Events selber sind super. Ich weiß, es gibt sehr viele Leute, die das so zu schätzen wissen. Aber wir dürfen, gerade jetzt, gerade jetzt, wo wir viel Geld dafür bezahlen müssen, den gleichen Service zu bekommen, wie vor zwei Jahren, gerade jetzt dürfen wir auch etwas fordernder sein. Gerade jetzt dürfen unsere Ansprüche größer werden. Sie dürfen wachsen. Denn wir werden jetzt gemolken. Also dürfen wir jetzt nicht einfach sagen, ja, aber jetzt haben sie es, jetzt haben sie es sich aber auch verdient hier, unser Geld. Jetzt aber, jetzt aber richtig so. Das glaube ich halt nicht. Ich glaube, wir sollten halt schon immer noch einfordern, dass die, dass die Verbände, die IFSC, alle nationalen Verbände transparent sind. Wo geht die Kohle hin? Was passiert mit dem Geld? Wie viel verdienen eigentlich unsere Athleten? Damit wir auch wissen, wo unser Geld ist, dass wir für Tickets und für unsere GZ und GIZ und so weiter bezahlen, damit wir uns die Events anschauen können oder für Eurosport, meine Fresse, Eurosport, dass wir dafür, das, was wir dafür bezahlen, da, da will ich wissen, wohin die ganze Kohle geht. Ihr glaubt ja nicht ernsthaft, dass die IFSC dem Eurosport, die, die, die Medienrechte geschenkt hat, oder? Was passiert eigentlich mit der ganzen Kohle jetzt? Würde mich ja interessieren. Aber gut, Klettern entwickelt sich weiter. Aber wir sollten es als Konsumenten, als Zuschauer, als Fans, die wir nun mal sind und ich finde, wir sind auch eine wahnsinnig starke Community, auch wir sollten uns weiterentwickeln. Klettern muss sich weiterentwickeln, aber mit uns bitte. Nur mit uns als Fans und nicht nur allein aus dem, aus dem Hintergrund des Profits heraus. Ich weiß, das war heute eine sehr kletterlastige Episode des Alpcast. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir sprechen nächste Woche wieder über ein ganz allgemeines Thema. Ich weiß, dass diese Episode vielleicht nicht ansatzweise so viel Relevanz für viele von euch haben wird wie was anderes. Ich finde es trotzdem wichtig, das mal eingesprochen zu haben. Ich finde es wichtig, dass die Leute, die sich auch mit dem Klettersport nicht auseinandersetzen, falls welche jetzt gerade zuhören, bis zu diesem Punkt noch nicht eingeschlafen sind, dass auch die Leute Bescheid wissen, wie es im Klettersport letztlich wirklich läuft und wie auch im Klettersport es einfach viele Missstände gibt und dass hier nicht der Happy Sport ist, den viele von außen zu sehen scheinen. In diesem Sinne, ihr könnt mir gerne eure Meinung auch an kontakt at alpenacademy.at schreiben. Wie gesagt, ich lese natürlich alle Mails. Ich antworte auf viele Mails, sofern es mir die Zeit erlaubt. Ihr könnt auch gerne am Alpenacademy Discord. Ihr findet dazu übrigens ein Video mit der Erklärung, wie man dem Alpenacademy Discord joinen kann, auch in der Videobeschreibung beziehungsweise auch in der Podcast-Beschreibung und auch da könnt ihr nochmal die Diskussion anreißen. Gerne, ist auch kein Problem. Meine Bitte auch in den YouTube-Kommentaren, bleibt diesbezüglich sachlich. Ich weiß, es ist ein nicht ganz unkritisches Thema und ich weiß, es interessiert jetzt vielleicht nicht alle von euch, aber wie gesagt, schreibt mir gerne eure Kommentare, eure Ideen, eure Gedanken dazu in die Kommentare oder sonst über irgendeinen Weg. Es würde mich grundsätzlich sehr interessieren, was ihr dazu zu sagen habt und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher unterwegs, habt eine Menge Freude, selbstverständlich auch beim Klettern. Und wie immer, bergheil.